Huhu und haha und willkommen zurück zu Dragon Age Origins The Awakening. Wir wurden beim letzten Mal in den Minen von einer komischen Gestalt irgendwie eingeschläfert. Ich vermute mal, das war der Architekt. Und gefangen genommen. Der hat sich, also, ja doch, er hat sich alle unsere Sachen gekrallt. Und wir haben jetzt zumindest einen komischen Typen gefunden, der hatte Ogrens Klamotten und Waffen. Und die haben wir jetzt zurück und, ja, das was ich an habe, ist irgendwie so, ja, das lag so rum, ne. Das ist nicht das, was ich normalerweise an habe. Aber es ist besser als nackig zu sein, weil ich war nämlich vorher nackig. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns den Rest von unseren Klamotten wiederholen. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Hm, da ist ein Ausrufezeichen. Kienen. Den kenne ich nicht. Wer bist denn du? Offensichtlich, aber nicht für lange. Ich verpiss mich jetzt. Ich habe erwartet, dass du die Beobachtung verhindern würdest. Das wäre glücklicher als die restlichen uns. Ich wollte, um die Feralden-Wardens zu verbinden, wie du es warst. Wir waren in der Vigil-Kamotten, nicht als eine Woche, als die dunkle Späne kam. Ich glaube, ich bin der einzige, der noch ist. Die anderen sind tot oder schlimmer. Was machen die denn? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich würde dich am liebsten eigentlich mitnehmen. Nein. Ich werde dich nur aufhören. Bitte, mach das für mich. Das ist alles, was ich aske. Mensch, hier sind drei Heiler und keiner schafft es, denen mal hier irgendwie seine gebrochenen Beine kaputt, äh, wieder ganz zu machen. Gebrochene Beine kaputt. Naja gut, dann machen wir das halt. Ähm, aber erstmal müssen wir natürlich unsere Sachen finden und den Weg hier raus. So. Nein, nein. Ach, Moment, apropos. Nein, nein, nein. Habe ich nicht irgendjemand Haste beigebracht? Um noch schneller zu laufen. Ach, hier. Ah, okay. Sag mal, habe ich vielleicht genügend Zeit, um ein wenig Spaß zu haben? Offensichtlich. Was machst'n du hier, Mädel? Hohohoho. So, du bist der normale Gen-Log. Wo ist denn dieser blöde Zauberer lebt der noch? Hm, offensichtlich nett. Oder vielleicht doch. Geben wir mal auf, nochmal sicher. Da ist aber auch was los hier. Ich seh nix. Aha, aha, aha. Hier ist noch irgendwo ein dummer Magier unterwegs. Ah, aha, aha. Ah, aha. Aha, aha, aha. Ich will das wiederholen, Herr. Ich will das wiederholen. Experimental Subject. Ah. Wer war das denn? Das könnte Velanas Klamotten gewesen sein. Schauen wir mal. Ziehen wir mal der Frau was an. Ö, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Schwupp. Ja doch, ich glaube, die hatte dieses Ding da hier. Ähm. Ja, das stimmt. So, mit ihrer hübschen Mütze. Äh, da weiß ich jetzt allerdings nicht mehr. Das hört sich zumindest gut an. Was ich denn anhande. Ob, das scheint auch nicht schlecht zu sein. Und den da, glaube ich, hatte ich hier gegeben. So, Ogren. Oh. Ganz vergessen beim letzten Mal noch. So. Dann fehlt nur noch der Anders und der Ich. Aber der Anders. Der hat jetzt einen Level Loop. Hier und hier und hier. Ja, Blutmagie. So, warte mal. Was habe ich denn jetzt gerade gesucht? Irgendwas. Haste. Ah, das, okay, das habe ich nicht mehr ausgeskillt. Das habe ich nicht mehr ausgeskillt. Ja, okay, dann lassen wir das jetzt. Und ich weiß langsam nicht mehr. Oh, Sleep. Okay, machen wir Sleep. Jetzt gucke ich auch noch mal schnell die Taktiken an. Bist du eher der Heiler? Was kann ich denn noch? Was machst denn du als Damager? Blutende Wunde. Das mag ich gar nicht. Ne, warte mal. Als Supporter? Ja, ja, ne. Ah, das ist gut. Dann mache ich mal das. Dann kriegt er den hier. Was kannst denn du Schönes? Lass mal mal so. Und das lassen wir auch mal so. Spyglass. Aha. Wie könnte das denn gefallen? Da hinten liegen auch noch Opfer. Na, dann nehmen wir die doch mal schnell mit. Mal gehängte Leute. Entführte Wächter. Was geht hier ab? Hey. Das ist meine Sachen. Oh, das kann ich noch nicht. So, und wenn ich dich jetzt mal kontrolliere. Ich sag's euch, ne. Hab ich das jetzt auch so dann gemacht? Mach's an. Wieso macht der das jetzt nicht? Ich weiß nicht, ob's an ist oder nicht. Jetzt ist es an, auf jeden Fall. So blutende Wunde. Die sind schon eigentlich alle tot. Oh. Meine Dame. Mach den mal wieder ganz. Auch wenn du ihn nicht magst. Hm. Was ist denn mit dem los? Was ist denn mit dem los? Wieso stirbt der mir grad? Oh, ich mag dich nicht. Ich mag mich offensichtlich selbst auch nicht. Das hätte ich mich jetzt nicht so weggebombt. So, was ist denn hier mit dem Anders los? Ist der irgendwie verhext oder sowas? So, bleibt mal hier. Hier ist noch einer. Wie hab ich denn den übersehen können? Damit hätten wir anders Klamotten. Blood Promise. Jawohl, Improves Blood Magics. Ja, geil. Ein bisschen Kälteschaden. So, jetzt kann er den Kram auch benutzen. Zack. 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 So. Dann fehlt nur noch der Chef quasi, hm? Ähm. Ja, wo muss ich denn jetzt hier lang? Da geht's raus. Dann guck ich doch erst mal, was hier ist. Lyrium. Mhm. Die Geschichte kennen wir schon. Ich habe dir gesagt, dass ich die meisten Menschen finde, dass es physisch und moralisch repulsiv ist. Gut zu wissen. Den Spruch hat man schon mal gehört. So, ich hätte jetzt gerne meine Sachen. Mönu. So, wer bist denn du? So, egal wer du bist, dich muss ich aufhalten. Oh, der lässt den nachhalten. Verdammt. So, dann machen wir ein wenig Eis und du machst Blutmagie an. So, warten wir mal, bis der andere Drahtraum auch mal kommt. Jetzt ist es lohnt. Könnte ich das wieder ausmachen? Ach, Mensch, Baubälle. So, ihr seid mit dem beschäftigt. Nein, nein, nein. Nein, Moment, 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 Moment. Ähm, wo ist dieses Keeper-Kram? Keeper, so. So. Und dann. Ist das oder das? Ich mach mal das. Oh, das Zeug ist gar nicht mehr schlecht. Aber es ist halt, es hilft nur im Nahkampf quasi. So, ähm, ich glaube, ich hab ja grad den, ja, den Ring. Von dem, ich denk mal, grauen Wächter, der das war, gefunden. So, mach das mal weg. Und jetzt haben wir auch ein frisches Drachen-Ei und damit haben wir alle Zutaten, die wir für Weights, was auch immer das dann wird, brauchen. Haha. Ah, halt, hier, hier geht's raus. Oh, mein Totenbeschwörer, gar nicht gut. Halt, 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 halt. Nicht so schnell. So. Du kannst ja auch ein bisschen was. Ich hol mir mal den Fürsten hier. Das ist mir mal so, du blödes Ding. Da steht einer, den interessiert es nicht. Das ist sein Problem. Hehehehe. Diese Aura, die ist lustig. Diese Aura, die ist schön. Oh, mein Drachen. Hm, für Eis reicht's halt, dann machen wir natürlich Feuer. Achso, man, nicht mehr der Faust. Also, ich muss schon sagen, ne. Der Anders und unser Held hier. Die zwei allein, die räumen schon mächtig auf. Und die, ja, gut, die, hm, die schaut halt einfach nur hübsch aus. Oh, Drachen-Dings da. Schuppen. So, wie sind wir denn hier? Oh, jetzt geht's hier irgendwo in ein Gebäude rein. Ach, nö. Shit. Let's get started. Brief vom Architekten. Das ist jetzt nicht so wirklich mein Zeug. Wo ist denn da das? Nicht, dass das jetzt hier in dieser Kiste drin ist. Das wäre natürlich ziemlich doof. Ähm. Hm. Ne, das ist schon ganz okay, was ich da an Ringen hab. Okay. Oh, Gitt. Ach, du liebe Güte. Da kannst du ja immer sowas von knicken. Oh, nochmal Feuerschaden. Jawohl. Ja, mal mit. Äh, welchen Hut hatte ich denn gerade auf? Oh Mann. Na gut, dann nehme ich jetzt diese komische Clowns-Mütze. Ähm, hier geht's nicht weiter. Aber nicht, dass ich dann hier nochmal zurückkommen sollte. Nur um die Sachen zu holen. Armas. Äh, Kollege, du warst doch bei uns schon mal im Lager gestanden. Let's get started. Hm. So, Moment, was hab ich denn hier grad gesehen? Pures Eisen? Hatte ich mir ja mal gekauft, ne? Ist es denn? Wo ist es denn? Ich dachte, ich hatte mir eins gekauft, weil das brauchen wir auch für so'n... Hm, für so'n... Oh. Besser als nix. Für so'n Rezept vom Wade? Mensch, das wurde doch hier gerade angezeigt. Ach, was soll's? Also du... was soll denn das heißen? Hm, was soll denn das heißen? Was machst denn du hier? Ich bringe ihnen Supplieren. Sie geben mir Gold. Weißt du, was hier los ist? Nein. All ich weiss, ist, dass die Darkspawn unsere Arrangeungen erheben. Die Frage stellen, würde ich nicht beantwortet. Der schaut nicht nur so aus wie der Stan, also von der Art wie er spricht, ist es ganz bestimmt ein Kunari. Ja genau, hier steht's doch. Da. Der Kuhn ist ein Lied. Ich bin Tal Vashaw. Ausgast. Mein Leben ist mein eigenes. Ich helfe nicht, dass die Darkspawn... Ich helfe mir selbst. Mhm. So, äh, krieg ich ja vielleicht irgendwie so'n bisschen Rabatt? Sehr gut. Ich sehe, dass du ein bisschen Probleme bist und ich bin nicht hartlos. Aber wenn du wirklich meine Hilfe wünschst, würde ich sagen, dass du dieses Ort so schnell wie du kannst. Das, mein Freund, war der Plan. So, allzu viel hat er ja eigentlich nicht anstecken hier, was wir brauchen könnten. Und ich hab auch nicht allzu viel... Ja, wobei, ich könnte hier den Kram eigentlich mal verkaufen, ne? Ich hab ja eh keinen Schurken dabei. Könnte ich auch mal ein bisschen Platz machen. Und im Zweifel stelle ich mir den Kram halt alles selber wieder her. So, das darf ich nicht verkaufen. Mh... Mh... Ach so, das wollte ich vielleicht dem Justice ja geben. Der Legcrusher. Schauen wir doch mal, Oggren. Was hast denn du? Was Besseres. Zack, zack. Zack. Naja, Hauptsache wir machen hier wenig Geld, während wir eigentlich gefangen sind, ne? Ja, was soll's, brauchen wir nicht. Oh. Einen normalen Rubin kann man weggeben. Das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir auch nicht. Den hier müssen wir aufheben. Und... Weil ich schon am Zeitverschwenden bin. Wo ist dieses grüne Ding? Bitteschön. Bitteschön. Ich passe darauf meine Leute auf. So, nur habe ich immer noch nicht meine Ausrüstung. Verflext. Ah, shit. Ja. Oh. Da ist er schon wieder, der Hässliche. Mit einer Zwergin und mit der Elfin. Hm. Uff. Und zwei Drachen. Jetzt kommt doch mal her. Genau. Oh man, die sind zwei, beide orange. Ja, mach dran. So. Oh, die haben wirklich beide super. Nur, dummerweise interessiert die das nicht wirklich. Oh, Moment. Moment mal, du hast doch hier... Nicht du? Irgendeiner von euch hat eine Faust. Ach, die hat sie schon geschossen. Okay. Dann machen wir mal das hier. Zack. Und... Zack. So, ich sehe schon, das ist noch ein wenig chaotisch, was ich hier mache. Jetzt mal mal überlegen. Da, der, da. Dann wollen wir erst noch dem hier an die Wäsche, quasi. Okay, du brauchst mal ein bisschen mehr. Alles klar. Du brauchst auch mal wieder was. Und wie war's denn hiermit? Immun. Lustig. Ach, das ist Betrug. WTF? Ach, warte mal. Das ist wahrscheinlich hier die Blutmagie. Was soll ich vielleicht mal ausmachen? Ach, Mann. Äh, vielleicht? Äh, ja, so da. So, was hast denn du vor? Nix. Schlecht. Ey, du fällst hier mal nicht über wem auch immer her. Wer ist denn das? Das ist doch auch drin. Das geht mal gar nicht. So. Hm. Was ist das hier? Machen wir das? Das tut euch hoffentlich weh, ihr blöden Säcke. So. Also die Folge wird eindeutig ein wenig länger. Trinkt mal was. Ach, Mensch. Äh, wo ist denn du? Wo bist denn du? Teil... Ah, nein. Was geht denn hier? Ähm. Na, ich kann doch nicht verflickste Axt. Ihr zwei, halt mal. Solange der sich nicht wehren kann. Oh. Wird so nervig das auch ist, wenn die immer wieder abhauen. So praktisch war das jetzt gerade. Ah. 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 So, warte mal. Ich könnte auch hier ein paar Hexen machen. Ach, wisst ihr was? Der Kampf, der dauert jetzt echt noch eine ganze Weile, so wie ich das sehe. Und ich beende jetzt die Folge und beim nächsten Mal geht es direkt hier weiter, ja? Also, Geduld. Dann seht ihr, wie es ausgeht. Dann seht ihr, wie es ausgeht. Dann seht ihr, wie es ausgeht. Vielen Dank.